Was ist eigentlich ein Change of Character und wie unterscheide ich eigentlich, ob es sich um einen validen Change of Character handelt oder nicht? Genau diese Fragen werden wir heute in diesem Video behandeln. Fangen wir vielleicht mal mit der einfachsten Frage an. Was ist ein Change of Character, auch oft genannt Chock? Ein Change of Character ist nichts anderes als ein Strukturbruch, der zu einem Richtungswechsel führt. Das sehen wir hier in dem rechten Beispiel. Wir haben hier eine aufwärtsgerichtete Struktur, die nach unten durchbrochen wird und damit zu einem Richtungswechsel führt. Das nennt man Change of Character. Und da ist auch der größte Unterschied zu dem normalen Break of Structure. Ein Break of Structure entsteht immer dann, wenn wir einfach Struktur brechen. Da ist erstmal egal, in welche Richtung. Wir sehen es an diesem Beispiel. Wir sind in einer Aufwärtsbewegung, erleben ein neues Hoch und brechen die vorherige Struktur, haben hier also ein Break of Structure. Das haben wir sowohl in die Aufwärts- als auch in die Abwärtsrichtung. Das heißt, hier wird nicht unterschieden. Der Change of Character entsteht immer nur dann, wenn wir einen Richtungswechsel vollziehen. Das heißt eigentlich in einer Umkehrbewegung auch nur ein einziges Mal. Das bedeutet auch vereinfacht gesagt, dass jeder Change of Character auch ein Break of Structure ist, nur eben ein ganz spezieller, der zum Richtungswechsel führt. Nicht jeder Break of Structure ist aber ein Change of Character, denn wie gesagt, nur der Richtungswechsel zählt hier. So viel zum leichten Teil. Jetzt ist die Frage natürlich noch, wie ermitteln wir den Change of Character und wie unterscheiden wir, ob es sich um einen wirklichen Change of Character handelt oder nicht. Der einfache Teil davon ist die Frage, wie ermitteln wir das Ganze. Dafür schauen wir uns eigentlich immer nur die Strukturdimensionen an. Wir sehen es hier, eine Aufwärtsbewegung und wir messen immer von wo bis wo geht ein Impuls. Das von wo wäre in diesem Beispiel von diesem Tief geht der Impuls in dieses hoch. Das heißt, sobald der Ursprungsimpuls gebrochen wird, ändern wir die Richtung und haben damit ein Change of Character. Das bedeutet, wir müssen uns immer nur die Frage stellen, von wo ging der aktuelle Impuls los? Und wenn wir uns wirklich nur auf diese eine Frage konzentrieren, dann können wir auch feststellen, wann handelt es sich wirklich um ein Change of Character und wann eben nicht. Und dafür möchte ich mit dir in die Praxis gehen und dir drei Beispiele zeigen. Zuallererst wollen wir uns hier mal das Beispiel im Goldchart ansehen. Und was wir hier erkennen können, ist eine klare Aufwärtsbewegung und wir überlegen uns jetzt, wann könnte hier der Change of Character stattfinden. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, dieses Tief hier zu benutzen und zu sagen, hey, hier ist doch ein Change of Character entstanden. Aber Achtung, das ist in dem Fall nicht korrekt, denn wir haben hier noch keinen Change of Character. Warum? Wir erinnern uns, wir müssen uns immer die Frage stellen in den Strukturdimensionen, welcher Punkt war verantwortlich für den aktuellen Impuls? Und wenn wir hier einfach mal die Struktur nachzeichnen, dann können wir eigentlich sagen, von hier sind wir nach hier gekommen und dann kann man so grob diese Dimensionen hier einzeichnen und sagen, von hier sind wir bis in dieses hochgekommen. Von diesem Punkt aus sind wir nicht in ein neues hochgekommen, von diesem Punkt ebenfalls nicht. Das heißt, der eigentliche Change of Character liegt erst an diesem Punkt, denn erst von diesem Punkt sind wir ins aktuell höchste hochgegangen und das bedeutet, wir haben hier keinen validen Change of Character, sondern noch eine Falle. Sehr, sehr häufig macht der Markt natürlich danach vielleicht noch einen Change of Character. Können wir jetzt mal kurz gucken. Jetzt. Es ist aber wichtig, dass wir verstehen, wo dieser Change of Character passiert, denn sonst läuft man sehr, sehr leicht in eine Falle. Dann schauen wir uns doch Beispiel Nummer 2 an. Und hier habe ich diesen Chart für dich. Und hier ist das Ganze natürlich nicht ganz so einfach. Dieser Change of Character kann auch immer wieder in verschiedene Richtungen passieren. Wir könnten hier beispielsweise feststellen, dass es einmal hier ein Change of Character gab und wir seitdem wieder long-orientiert sind. Aber wir können eben dann auch feststellen, dass diese potenzielle Aufwärtsstruktur hier auch wieder gebrochen wurde. Denn wir sind aus diesem Tief ins aktuell höchste hochgelaufen und dieses Tief wurde gerade gebrochen. Ganz, ganz wichtig, hier scheiden sich natürlich auch immer etwas die Geister, ob es ein Kerzenschluss sein muss oder ob auch ein Docht bzw. Schatten reicht. Das kann man beides verwenden. Für beides gibt es Argumentationen. Ein Kerzenschlusskörper ist natürlich immer aussagekräftiger. Hier sehen wir in dem Fall einen validen Change of Character. Ganz, ganz eindeutig. Wir haben hier nichts, was wir sonst betrachten können. Und damit rauscht der Markt auch erstmal weiter in ein neues Tief. Das war also ein ganz, ganz simples Beispiel. Hier habe ich noch ein drittes Beispiel für dich, das auch nicht so ganz einfach ist, bei dem wir wieder zurück auf unsere Ursprungsfrage kommen müssen. Wir müssen uns die Frage stellen, von wo ging der Impuls aus des aktuellen Schenkels, den wir betrachten? Und hier könnte man natürlich auf die Idee kommen und sagen, okay, hier ist doch ein Change of Character. Hier haben wir doch einen Tiefpunkt, der ins aktuell höchste hoch geführt hat. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist, dass wirklich der Punkt, von dem der Impuls ausging? Und da würde ich in dem Fall widersprechen und würde sagen, der Punkt, von dem der Impuls ausging, ist eigentlich erst hier unten. Das heißt, auch wenn das hier so eine kleine Zwischenstruktur bricht, ist es für mich noch kein Change of Character, denn wir haben nicht den Ursprungsimpuls rausgenommen. Hier muss man wirklich sauber bleiben und mit den Dimensionen arbeiten, auf denen man sich bewegt. Und das wäre für mich aktuell diese Dimension hier. Dementsprechend ist alles, was bis dahin kommt, auch noch kein Change of Character. Und damit wäre man auch hier in eine Falle getappt, denn der Markt schraubt sich erst mal weiter nach oben und läuft in dieser angesprochenen Dimension weiter. Vielleicht als kleines, kleines Hilfsmerkmal, weil das natürlich immer ein Stück weit subjektiv ist. Für mich sind insbesondere dann Punkte wirklich relevant, wenn man hier wirklich wie so eine schöne, schöne Lücke sieht, in die man irgendwas reinlegen könnte, so eine kleine Kugel oder sowas. Einfach hier so. Das geht in dem Fall beispielsweise einfach nicht so, weil der Markt nicht wirklich zurückgekommen ist, sondern nur so ein kleines, kleines bisschen. Und das finde ich persönlich immer etwas zu wenig, denn der Impuls ist für mich ausschlaggebend. Und hier sehen wir saftige Momentum-Kerzen, die sehr stark nach oben trennen und damit das deutlich bessere Level liefern. Der Change of Character alleine ist natürlich noch keine Erfolgsgarantie. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir genau überlegst, wo entsteht dieser Change of Character. Und dafür eignet sich natürlich Supply und Demand und besonders Orderblöcke. Wenn du noch nicht weißt, was Orderblöcke sind, guck dir am besten dieses Video an.